U-N-I-T-Y, U-N-I-T-Y, that's a unity. Okay, pass auf. Spielanleitung für ein Hotel, leer, und ein Superhuman of the Presence. Raum sein und Gebäude haben. Du bist in einem Raum, in einem Gebäude mit mehreren Räumen. Die Räume selbst sind begrenzt und voneinander getrennt. Du bist auch ein Raum, getrennt von den anderen Räumen. Ein Körperraum, und auch du bestehst im Grunde aus mehreren Räumen. Du bist also auch ein Gebäude. Und deine Räume in dir sind genauso voneinander getrennt, sollte man meinen. Aber wenn du genau hinsiehst, dann stellst du vielleicht fest, dass alle Räume um dich herum durch oder mit etwas verbunden sind. Manche mit Fenstern zum Draußenraum und manche mit Türen zu Innenräumen und alle mit Verbindung zu dir. In manche Räume kannst du also nur reinschauen. Je nachdem, wo genau, also an welchem speziellen Ort du dich gerade befindest. In manche Räume kannst du aber auch eintreten. Und das ist genau der Unterschied zwischen dem Raum, in dem du bist, und dem Raum, der du bist. Du bist beweglich, du kannst die Räume wechseln. Das unterstellen wir dir mal. Du bist prinzipiell frei beweglich und kannst entscheiden, welche Türen du benutzen möchtest. Es mag jedoch sein, dass dir einige Türen verschlossen sind. Manchmal reicht es dann, die nächste Person, die du triffst, nach einem Schlüssel oder dem Türöffner oder dem Passwort zu fragen. Nicht alle Türen lassen sich aus allen Richtungen kommend benutzen. Wenn du einmal durch eine gekommen bist, heißt es nicht, dass sie sich auch auf dem Rückweg wieder öffnen lässt. Das ist natürlich immer ein Risiko, aber es sollte kein Hinderungsgrund sein, eine Tür zu benutzen. Du bist der Raum, der mit allen Räumen verbunden ist, und zwar durch dich. Du kannst alles berühren, was du siehst, und das Allermeiste ist durch dich beweglich. Nichts muss für immer bleiben, wo es ist. Du bist also die Verbindung zu allen Dingen. Schau dich einmal um. Du kannst alles, aber du musst nichts. An was erinnerst du dich im Raum? Gibt es etwas, das dich hier stört? Überleg mal, was es ist, das dich hier stört, und versuch es zu ändern, wenn du dich traust. Wo stehst du gerade? Schau dich um. Gibt es Wände? Mit dem Kopf allein wirst du durch keine kommen, mit Köpfchen vielleicht aber schon, und mit etwas Entdeckungslust. Wenn du diesen Raum hier verlassen möchtest, kannst du es jetzt tun oder zu jeder anderen Zeit. Schau dir die Wände an und dann die Verbindung zwischen den Räumen. Wenn dir hier etwas fehl am Platz erscheint und es beweglich ist, dann nimm es mit. Such ihm einen anderen Platz. Mach zum Abschluss ein Foto von dem, was durch dich Veränderung erfahren hat. Es könnte sein, dass dir dieses Bild in deiner Zukunft nochmal nützlich ist. PS Manchmal können Fenster auch Türen werden. Meistens eigentlich. Aber pass dabei gut auf, dass deine Füße auf der anderen Seite auch feststehen können. Wenn du dich verändern möchtest,